Oh yeah Leute, es ist endlich wieder so weit, dass wir heute eine Nicht-Lachen-Challenge machen. Das bedeutet, dass wir es heute so haben, dass wir drei Leben haben und wir dürfen auf jeden Fall nicht lachen. Und das Ding ist, für euch gilt es so, wenn ihr lachen müsst, müsst ihr das Video von vorne starten. Das bedeutet, wenn ihr zum Beispiel jetzt bei fünf Minuten lacht, müsst ihr bei einer Minute wieder anfangen, also bei 0 Minute 1 wieder anfangen, Leute. Deswegen lasst auf jeden Fall gerne ein Like da und ein Abo, wenn ihr von sowas mehr sehen möchtet. Wie gesagt, ich habe drei Leben, wenn ich drei Leben verliere, ist das Video vorbei und ich würde sagen, wir gehen rein ins Nicht-Lachen-Video. Wie kriegt ihr den? Hä, wie habt ihr den nicht bekommen, Leute? Lache! Die Katze, Leute! Was habt ihr jetzt hier? Okay, anscheinend so ein... Kriegt sie nicht auf, ne? Musst du kräftig nicht umdrehen. Oh, oh. Oh nein. Was? Das muss ich jetzt aber nochmal sehen, Leute. Okay. Okay. Hä? Hä? Was geht bei der Katze ab? Hä? Okay. Okay. Limonade. Okay. Und reinflippen in die Box und... Okay. Okay. Es wird direkt schwer, Freunde. Es wird direkt mega, mega schwer. So, hier ein bisschen Whisky und... Ey, was geht denn hier ab, Alter? Was sind das für gute Clips? Hä? So, hier. Fresh ist aufhört, Leute. Wow. Hä? Okay. Oh! So, was ist jetzt? Hä? Wie kann man so blöd sein? Wie kann man denn etwas nicht in... Oh, ein bisschen Nudelauflauf? Geiler, der jetzt essen, Alter. Stop it. Hör auf! Nicht, Katze. Nicht. Nicht. Oh! Das kann doch nicht angehen. Das kann doch nicht angehen, Freunde. Was ist das denn? Was ist das denn? Das ist ein Billow-Weinglas. Oh, Mann. Nein. Ja, jo. Wie die noch dran... Wie die Katze noch dran leckt, Leute. Ohne Spaß. Okay. Zwei Leben haben wir nur noch, Leute. Oh, mein Gott. Ey, guck dir da mal das an. Och, nö. Ey, ohne Spaß, Leute. Also, wir haben noch zwei Leben. Das zählte nicht. Ich war noch im Lachfleisch drin. Ich muss mich erst mal beruhigen. Ich bin nur der Mangel. Minecraft. Ja? Minecraft schadet nie. Ey, was? Ist das ein Husky? Der hat die Enderperle geklaut. Was ging denn bei seiner Frisur ab? Was machen die denn? Nein, nein, nein. Oh, mein Gott. A Mongoose. A Mongoose. Hä? Keil. Äh, warum? Voll unnötig. Voll unnötig, Alter. So, hier, bisschen bürsten, bisschen bürsten. Okay, okay. Oh, ja. Mit dem, mit dem, mit dem Bild. Ähm. Nein, nein, mach's bloß nicht. Lass nicht los. Alles klar. Alles klar. Ja? Hier, komm. Was jetzt? Oh, ein bisschen. Hä? Okay, ich hab nicht gelacht, Leute. Ich hab nicht gelacht. Oh, Mann. Oh, Mann. Die Clips. Leute, die Clips sind so gut. Ich schwör's euch. Ich darf nicht lachen. Ich darf echt nicht lachen. Wann jetzt? Ist er verloren da drin? Ist er verloren? Äh? Er ist ein Käfer. Okay. Oh, das war doch logisch, dass er passiert. Das war doch so klar, Leute. Das war doch so klar. Hey. Hey. Yeah. Yeah. Der Hulk weiß gar nicht, was geht ab, Alter. Also, ihr denkt, was ist los bei euch? Was ist los? Aha. Nein. Alles klar. Äh. Ähm. Wird er gerade mit Gurken abgeworfen? Oh, er hat noch was in die Eier bekommen, Freunde. Holy moly. Holy moly. Ein bisschen nass, ja? Ein bisschen nass. Bisschen ein-Creme, Leute. Ähm. Okay. Äh. Hat sich ja nicht so gut geklappt mit ein-Creme. Jo. Wahrscheinlich war der Clip echt, oder? Wahrscheinlich war der echt. Okay. Hä? Was? Habt ihr gerade die Flasche gesehen, Leute? Habt ihr gerade die Flasche gesehen? Wenn nicht, schmute mal zurück. Alter, das war ja unnormal. Das... Oh. Nein. Mit einer Säge schneidet er sein Sandwich. Mach ein Ei rein, komm. Äh. So funktioniert das aber nicht, ne? Das ist ja schon... Hey. Hey. Hä? 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 Ahaha, nein. Mano, warum... Mann, man, also, man, Leute, guck dir das mal an jetzt hier, guck mal. Hey, it actually works. Verdammt, verdammt, okay, ich muss erst noch ein Leben abziehen. Ich hab jetzt nur ein Leben, das heißt, jetzt heißt es... Zusammenreißen. Komm, Hund, komm, gönn dir doch die Pfanne. Können... Ja. Ja, der pennt weiter. Der pennt weiter. Was ist das denn jetzt hier? Nein, 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 nein. Elektri... Alles klar? Hä? Es geht mit meinen Moms ab. Deiner Bibi hat's ab. Digga, wie zockt der denn? Was denn? Nein, was denn das für ein Setup, Leute? Haha, nein, das fehlt nicht. Guckt euch mal, bitteschön. Also, ich hab... Aha, gesagt. Also, guckt euch mal, bitteschön, dieses Setup an. Was ist denn da los, Leute? Also, also, nee. Also, nee, was ist denn das für ein Setup? Wie kann man denn so zocken? Wie kann... Unglaublich, Leute. Einfach unglaublich, ja? Einfach unglaublich, ja? Bei dem hab ich fast gedacht. Aber das war immer... Das war witzig. Ah? Hä? Hä? I guarantee you one of these retards is gonna fall. Oh, guck mal. Ah? Werde die oben fallen, ha? Eher. Eher. What you wanna do is... If you... When you... Okay. Ekelhaft. Einfach nur ekelhaft. So. Hier, Löffel. Löffel, 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 Löffel. Oh, guck mal hier. Wie schön. Die macht sogar... Diese Essen-Sachen... Unangenehm, wenn sowas passiert. Unangenehm. Oh, die sieht schön kalt aus, ne? Hä? Lol. Lol. Oh, Baby-Kotze. Baby-Kotze. Hallo. Hallo. Wo wollen. Aha. Okay. Okay. Na? Jetzt warte. ÜГ alright. jung. Ha. Ha. cloth. Ha. Okay, cool... Oh. Ja, Moin. Okay, alles klar. Das, das machen die ja. Was werfen die ja... Boah, stuhh. ich muss die katze kann man mit schön so dumm sein und die handtasche da reinwerfen also leute ohne spaß das war einer lustigsten lachen challenges die ich gemacht habe obwohl ich nicht lachen darf habe leider verloren schreibt in die kommentare wie oft ihr lachen musste die ob die zurückspugen muss ich denke mal das war für euch ein sehr sehr schwieriges video denke ich war das gerne like und aber da und die ganze mal wieder aus einem drauf klicken oder ein bis nächstes mal